Zuflucht in unserer Vergänglichkeit Psalm 90, Verse 2-4 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Man könnte angesichts dieser Zeilen fragen, was ist das für ein Gott, der die Menschen sterben lässt? Aber ebenso könnte man fragen, was ist das für ein Mensch, der seine Sünden leugnet und nicht an Gott glaubt? Unsere Vergänglichkeit ist sozusagen ein Wink mit dem Zaumpfahl, wie wir in Psalm 90, 12 lesen können. Da steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf, dass wir klug werden. Manche Menschen leben so eindimensional, dass sie erst merken, dass sie schon immer tot waren, wenn sie von Gott leiblich auferweckt vor seinem Richterstuhl stehen werden. In Hebräer 9, Vers 27 und 28 schreibt der Autor, Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und selig zu machen. Lukas 19, 10 Dieser Glaube beinhaltet zum einen zu begreifen, dass man tatsächlich verloren ist und zum anderen, dass allein Jesus Christus uns zum Heil werden kann und auch werden will. Mit dem Wort Heil ist gemeint, dass man ganz gesund und unversehrt wird. Wer sich seelisch danach ausstreckt, der wird seinen Heiland auch finden. In Jeremia 29, Vers 13-14 steht, Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und das gilt auch heute noch. Aber nicht wir haben es in der Hand, uns Gott zu nähern, wenn uns gerade mal danach zumute ist, sondern es ist stets ein Akt der Gnade. Der natürliche Mensch fragt nämlich nicht nach Gott. Römer 3, 11 Und natürliche Menschen sind wir ohne Glauben an Jesus alle. Auch das müssen wir einsehen und begreifen und verstehen, denn es macht den Glauben, wenn wir ihn dann haben, noch wertvoller. Wir haben es in der Tat bitter nötig erlöst zu werden, mehr als wir es selbst als Christen begreifen und verstehen können. Gott muss Sünde bestrafen. Es wäre zutiefst ungerecht, wenn es nicht so wäre. Und fragen wir uns, hätte Gott seinen geliebten Sohn geopfert, wenn es zu unserer Rettung und Erlösung eine Alternative gegeben hätte? Der Apostel Paulus schreibt in Römer 4, 6-10 Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt Charles Haddon Spurgeon folgendes Ehe denn die Berge geboren wurden Grundtext Ehe denn die Berge geboren wurden Noch bevor diese uralten Riesen aus dem Mutterschoße der Natur als deren Heere Erstgeborene hervorgingen, war der Herr in seiner Herrlichkeit und selbst Genügsamkeit. Die Berge sind, ob auch eisgrau im Schnee der Jahrhunderte, für Gott doch nur eben geborene Kindlein. Junge Dinger, deren Geburt erst gestern geschehen, Erscheinungen der letzten Stunden und die Erde und die Welt geschaffen wurden. Auch hier wird im Hebräischen auf eine Geburt angespielt. Die Erde ward erst neulich geboren und ihr festes Land erst vor einer kleinen Weile von der Flut ausgeworfen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott oder bist du Gott? Gott war, als noch nichts anderes da war. Er war Gott, als die Erde noch nicht eine Welt, sondern ein Chaos war, als die Berge noch nicht empor gehoben waren und die Erschaffung des Himmels und der Erde noch gar nicht begonnen hatte. In diesem Ewigen, dessen göttliches Sein aus unbegrenzter Vergangenheit in unbegrenzte Zukunft reicht, ist eine sichere Zufluchtsstadt für die aufeinanderfolgenden Geschlechter der Menschen. Wenn Gott selber von gestern wäre, so würde er keine geeignete Zuflucht sein für die sterblichen Menschen. Wenn er sich verändern oder Gott zu sein aufhören könnte, hätten die Seinen in ihm einen gar unsicheren Wohnort. Das ewige Wesen Gottes wird hier hervorgehoben, um durch den Gegensatz die Kürze des menschlichen Lebens desto stärker zu beleuchten. Der du die Menschen lassest sterben, wörtlich wieder zu Zermalmenden machst. Der Menschenleib wird in seine Elemente aufgelöst, dass es ist, als wäre er zermalmt und zu Staub zermahlen. Und sprichst, kehrt wieder Menschen, Kinder, nämlich zu dem Staube, davon ihr genommen seid. Die Vergänglichkeit und Hinfälligkeit des Menschen wird dadurch auf starke Weise zum Ausdruck gebracht. Gott schafft ihn aus dem Staube und zurück zum Staube kehrt er wieder auf das Befehlswort seines Schöpfers. Ein Wort hat ihn geschaffen, ein Wort vernichtet ihn. Man beachte, wie die Tätigkeit Gottes hervorgehoben wird. Es heißt nicht, dass die Menschen aufgrund einer Verordnung des Schicksals oder durch die Wirkung unvermeidlicher Naturgesetze sterben, sondern dem Herrn wird die wirkende Kraft in allem zugeschrieben, seine Hand wandelt und seine Stimme spricht. Ohne diese würden wir nicht sterben. Keine Macht auf Erden oder in der Hölle könnte uns töten. Soweit. Wenn Gott sagt, kommt wieder Menschen, Kinder, dann sagt er das auch in dem Zusammenhang, dass Sünder zu Gerechten werden können, dass Menschen, die verloren waren, wiedergefunden werden können, dass Menschen, die sich auf Gott verlassen, an Jesus Christus als ihren Erlöser, als den gekreuzigten Sohn Gottes, dass sie ihn in dieser Funktion, in dieser Position, in dieser Gnade wahrnehmen und an ihn glauben, dass sie dadurch auch wiederkommen und dass sie dann auch bleiben und nicht wieder gehen, weil Jesus Christus sowohl der Anfänger als auch der Vollender des Glaubens ist und das macht das Heil sicher. Das macht den Glauben fundamental und wahr und richtig und wir dürfen Gott vertrauen. Ebenso wie das Blut Jesu uns nun aus Gnade selig und gerecht gemacht hat vor Gott, genauso werden wir auch aus derselben Gnade heraus unser neues Leben leben und ans Ziel kommen. Und das Ziel ist laut 1. Petrus 1,9 der Seelenseligkeit. Die Vergebung der Sünden hat einen bewahrenden Charakter, nämlich die Bewahrung vor dem gerechten Zorn Gottes. In Epheser Kapitel 2, Verse 14 bis 17 steht, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Diesem ewigen Gott dürfen wir vertrauen, gerade auch im Angesicht dessen, dass unser Leben nur ein verwehender Hauch ist und dass die Ewigkeit viel gewaltiger und größer ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können und dass der Mensch nur ein Staubkorn ist und dass man ihn einfach übersehen müsste, weil er so unscheinbar, so winzig, so verdorben und so sündig ist, dass man ihn einfach nicht wahrnehmen kann. Aber Gott in seiner Gnade und Liebe hat uns gesucht und uns gefunden und uns in Jesus Christus auch den Weg des Heils, der Vergebung der Sünden aufgezeigt. In Jesus Christus ist unsere Erlösung und aus einem unbedeutenden Staubkorn, aus einem verlorenen Sünder, aus einem Menschen, der von Gott und Ewigkeit und Gnade und Liebe im Prinzip keine Ahnung hatte, aus so einem Menschen hat Gott ein neues Leben erschaffen, eine neue Kreatur hervorgebracht durch den Glauben an Jesus Christus. William MacDonald beschreibt in seinem Bibelkommentar, wie wir uns eigentlich als Menschen wahrnehmen und sehen müssten, wie es tatsächlich mit uns aussieht. Er schreibt, in scharfem Kontrast zu Gottes Zeitlosigkeit steht die Kürze des menschlichen Lebens. Es ist als wiederhole Gott unablässig den Befehl, kehre zum Staube zurück und eine nie endende Reihe schleppt sich zum Grab. Für einen Ewigen ist die ursprüngliche Lebenszeit eines Menschen von ungefähr tausend Jahren nicht mehr als der gestrige Tag oder wie ein Stückchen einer Nacht. Selbst Mose scheint das Menschenleben so flüchtig wie ein Schlaf zu sein. Man schläft, man träumt, man ist wach und wird sich doch kaum der vorübereilenden Zeit bewusst. Oder, um das Bild zu wechseln, das Leben ist wie Gras, am Morgen noch frisch und grün, wird es zum Abend hin welk und trocken soweit. Das ist sozusagen unsere Situation. Und wenn wir höher und besser und größer von uns denken, dann denken wir falsch. Es ist nur die Gnade und die Liebe Gottes und seine Aufmerksamkeit zu uns, die uns tatsächlich zum Leben erweckt, die aus uns auch eine Persönlichkeit macht. Jemand, den man sieht, den man wahrnimmt und den man auch ehrt. Und diese Ehre, die ist nicht aus uns selber, sondern die kommt allein dadurch, dass wir durch den Glauben zu Kindern Gottes werden durften. In Jesus Christus, unserem ewigen Herrn und Erlöser, sein Name sei gelobt und gepriesen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott segne euch. Und das ist nicht aus scrubbed. Denn die 100 p storms talent Und das ist, Untertitelung des ZDF, 2020